Das Ding ist einfach, keiner hat Bock auf den Stress, ne? Wirklich keiner. Trill ist jetzt ein Tor, die Klappe, Junge. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, dass wir so ein bisschen davon abkapseln jetzt gerade. Wer weiß, ob das wieder zusammengeführt wird, aber dass so eine kleine Gruppe wenigstens ihr eigenes Ding machen. Das ist auch mal richtig schön, einfach nicht im Park zu stehen im Kreis. Ich meine, wir stehen zwar bei Coalies im Kreis, aber ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie... fühlt sich schön an. Und noch schöner wird der Tag, wo ich dem Johnny Truller für eine Fresse hole. Aber ich werde jetzt nicht angekrochen kommen oder akzeptieren, eine Entschuldigung akzeptieren, damit das schnell wieder vorbei ist, nur über die Dunterlein. Ist mir egal. Mila, ich bin traurig. Warum? Weiß nicht. Aber jung. Nicht traurig sein. Der Tim im Chat sagt, wir sind viel spontaner, seitdem wir nicht mehr im Park sind. Hallo, tschüss, dir mal gute Nacht. Spontaner? Ja. Spontaner Black? Kennst du nicht den YouTubes Kanal? Nee. Insta-Mute. Insta-Mute. Ich könnte Beatty noch fragen. Küss den doch. Mir egal. Beatty hat mir gestern bei Twitter geschrieben, ob wir Bock haben auf Geister. Der stinkt voll. Ja, ich mag den auch nicht. Lass den, wenn er hier in den Kopf verarschen. Ja. War das denn mit Tyro? Ach nein, die zocken. Boah, was ist denn da unten los? Cooper, Platte, Jack, Evo, Harry, Imba, Coopas Bruder, Memo, Patrick, Tyrese, alle BVB. Ich würde es übelst fein, wenn ihr euch beim Vertragen rumholt und euch gesteht, dass ihr euch vermisst habt. Nee, nee, nee. Ich meter gerade. Äh, Beatty, das ist kein Meter mehr. Komm, komm zocken. Wenn man Milo reden hört, geht einem das Herz auf. Oh, Milo, hast du gehört? Ich glaube, da ist jemand, der dir 50.000 Euro schenkt. Hallo. Hier geht's jetzt rund. Ach, ist ja gleich soweit, ne? Dann viel Spaß bei der WWW-Post. Ja, ja. Hallo, Beatty. Kriegen wir nur einen vierten, Mann? Äh, ich glaube, die anderen sind alle WWW. Was ist mit meinem? Ja, du hast gerade kurz, äh... Warte mal. Und ich habe immer noch nicht das Dings, ne? Sprachpaket. Besser, besser, besser. Hallo? Je, 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 je. Gehen, 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 gehen. Hallo, Penner-Beer. Kannst du das nicht jetzt schnell machen? Äh, nee, ich kann halt nicht runterladen, weil ich meinen Mund aus nicht aktiviert bekomme. Ach ja, stimmt. Je, du hast kein Computer. Wer hatte denn große Fresse und wollte... Da Vinci ist schon weg, ne? Schotti ist auch nicht da. Giffi, hast du Geister? Was ist das? Hast du Phasmo, Giffi? Nee, ist das gut? Ja. Ist das groß? 11 Euro nur. Nein, 4 Gigabyte. Abo, das dauert bei mir schon 10, 15 Minuten. Runterladen. Echt jetzt? 4 Gigabyte, ne? Ja, ungefähr. Ja, dann machen wir so ein kleines Haushalt vorher irgendwie. Warte, du schnell. Und dann derzeit jetzt so runter. Ich cash dir das auch. Nee, musst du nicht, alles gut. Also hol das, ich gib dir das. Hast du Angst vor solchen Spielen, vor eure Spielen? Ich grusel mich schon, ja, ein bisschen. FedEx, schlaf gut, tschüss. Ja, dann hol. Wir zocken eine kleine Map. Ich hol. Okay, dann gleich wieder da. Und du musst halt, wenn du runtergeladen hast, Giffi, ne? Ja. In den Einstellungen bei Steam auf Beta stellen. Okay. Braucht man gute PC dafür? Nein, Mann. Okay. Also nach meiner Meinung ist das einfach mal eine frische Abwechslung für den Sonntagsgeistern. Und dann habe ich endlich mal wieder ein frisches CP. Auch wenn ich es immer in deinem Stream genieße. Dankeschön, finde ich ja auch. Mal gucken, was passiert. Wir haben ja unsere kleine Gruppe. Ich will auf jeden Fall diese Villa haben, Mann. Aber ich schreie es mir da richtig ein, ne? Nee, kennen Sie heute kein W.O.W., sonst müsste ich bis 3, 4 Uhr machen oder so, wenn mich die Sucht packt. Ich glaube, das ist ein Idiot für morgen. Ich habe morgen einiges zu tun, Alter. Ich weiß nicht mal, ob ich das hinkriege, über auf Dings zu kommen. Stream zu kommen. Ich meine, ist er eigentlich sowieso frei, aber ich habe ja jetzt zwei Tage gedodged. So, da habe ich schlecht gewusst, wenn ich morgen nicht komme. Jan, viel Spaß und viel Glück bei deiner Prüfung. Ey, war der Skateboard-Sound eigentlich zu laut vorhin? Ja, war schon okay. Ein bisschen leiser wäre perfekt gewesen. Wie kann man das auf Beta spielen? Du musst bei Steam rechtsklicken auf das Spiel machen. Dann Eigenschaften und dann gehst du auf Betas. Und dann kannst du dann auswählen zwischen Stable und Unstable, Beta. John Schnee, mir geht es gut, aber ich habe eine Menge morgen zu tun. Aber sollte eigentlich passen. Mal gucken, ich werde das sowieso vorher auf Twitter schreiben. Warum auf Beta? Weil Beta die neuesten Updates hat von dem Spiel. Also die neuesten Features. Vielleicht brauche ich Code, sonst kann ich das Spiel nicht umswitchen. Ja, 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 ja. Bitte schon. Ist da dieses Spiel, wo man so mit den Geistern reden kann und so? Ja, ja. Ah, scheiße, ich muss ja alles neu. Ich kriege das Anruf von meiner Mama, was du mit mir gemacht hast, dass ich nicht schlafen kann. Ich wollte eh nachher noch mit der Code schon. Du kleiner Wichser, Alter. Download und guck so lange im Stream, wenn du bookst, dann weißt du ungefähr, was das für ein Spiel ist. Jo. Ich leide gerade runter, kann sein, dass ich mich dann gleich komisch anhöre und müde ich. Ich müde mich jetzt sowieso, weil bei dem Spiel hätte man ein Ingame. Damit was gruseliger ist. Ich dupse endlich einfach an, wenn ich fertig bin. Dir schreib im Teamspeak, nicht anstupsen. Okay. Sonst erschreck ich mich bis gleich. Okay. Kann ich noch kurz auf Klo? Ja, okay. Ja, okay. Auch noch auf Klo. Ich meine, ihr kuschelt ja egal, dann gelang ich im Spind. Da, wo ich hingehöre, ich lose. Ich gehe nebenan pinken, okay? Okay. Feuer. Geht. Ja, man, küsst, springen wir. Hallo? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der hat doch geredet. Und Fingerabdrücke. Ich gehe nach Orbs gucken. Schon wieder richtiger Speedrun hier. Bewegungssensor hat funktioniert. Was ist mit EMF auf? EMF auf 2. Bewegungssensor. Wer hat denn die Kamera jetzt schon wieder umgeschaltet? Wie hast du den? Guck mal wie hässlich das. Hat der ins Buch geschrieben? What the fuck? Hat der reingeschrieben? Er hat reingeschrieben, ja. Wir sollen rennen. Nee, wir können nicht rennen. Nein, er kann nicht rennen. Ist ein Spirit. Wir brauchen noch ein Geister-Event. Was ist das hier eigentlich, Alter? Was ist das hier? Eins? Gib uns ein Zeichen. Zeig sie. What the fuck? Mila, was ist das hier, was ich hier hab? John Brown. John Brown. Ähm, Moment. Da ist ein Regenschirm. Hast du? Da ist ein Parabol-Mikrofon. Ja, das steht auf 4, 5. Auf 5. Auf 5. War auch irgendwie- Zeig dich. John Brown, John Brown. 6. Gib uns ein Zeichen. John, John, John. Brown, Brown, Brown. Angst, Angst, Angst. Ähm Ein Zeichen. Motherfucker! Angst! Angst! Ich habe Angst, 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 Angst! Der kann nicht rennen. Der kann nicht rennen. Vielleicht können wir nicht rennen. Ist ein Spirit, ne? Der Starr kann vorübergehend gestoppt werden, indem man den Raum auskommt. Achso, der reagiert nur alleine. Ne, ne, der redet nur alleine. Ne, das war eh nicht. Ich guck mal eben, ob wir schon irgendwas erlebt haben. Zeig dich. Ob wir was? Ob wir was zusammen erlebt haben, mit dem Geist, weil der hat ja jetzt was gemacht. Achso. Der hat mal geredet. Aber haben wir nicht. Ne. Was zum Teufel war das? War ne Tür. Als hätte er die abgeschlossen, ne? Ja. Feig dich. Don Brown. Äh, Bt, deine Sanity ist bei 40%. Äh, ich bin gegst. Das ist ein Stück Scheiße. John, John, John. Don Brown. Was ist denn ein Geist, David? Wenn der irgendwas zuschlägt, oder was? Wie wenn zum Beispiel das Licht so auflackert, oder? John Brown, zeig dich. John Brown. John Brown. John Brown. Was? Kannst du das Wasser anmachen? Dankeschön. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Toll, jetzt redet er nicht mehr mit mir. Wie alt bist du? Ja, dann zeig doch mal was, Junge. Gib ein Zeichen. Ja, ihr müsst raus. Bleibt aber bitte an der Tür stehen. Ich habe Angst. Aber lass bitte die Tür auf. Ja. Wie alt bist du? Lass bitte die Tür auf. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, wo hier? Gib uns ein Zeichen. Oh mein Gott. Bist du ein Kind? Bist du dumm? Bist du dumm? Gib uns ein Zeichen. Was? Ja, gib uns ein Zeichen. Beweint. Kannst du das Wasser anmachen? Wasser. Lecker. Nicht so lecker. Was soll ich denn noch fragen? Welche Schuhgröße? Welche Schuhgröße hast du? Was willst du? Achso, okay. Der will uns töten. Schau, Digga. Willst du den Gyfi töten? Der will uns töten. John, John Brown. Ja, ist okay. Soll er doch kommen. John Brown! Ich glaub der hätte ein Türfetisch, also. proximal kein Zeichen, young! Wer ist doch mal das Lichtflag an oder so? Hmm. Der hat doch grad das Wasser angemacht, oder nich? Hat er nicht gerade das Wasser angemacht? Nein, das war BT Hä, wie macht man denn das Wasser an? Ups Indem du das drauf gehst Hä, wie? Oh, oh, nicht gut Mach das Ding zu Nein 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 Das ist was Warum hat er ihn getötet und nicht dich? Warum hat er nicht dich getötet? Du wirst sterben Ja, ich suche hier Sanity-Hare John John Mach mal, mach mal John Brown John Brown John Brown John Brown Ja, ich finde auch er hätte können Mann John Brown Zeig dich John Brown Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Mann ey Mach das Wasser an Weg von mir Du wirst gesucht Schwindel Ich könnte dich töten Koch Kannst du überhaupt ein Foto finden? Ich spüle ein bisschen Das bin ich mit dem Stumpf Weil ich die Dinger werfe Ja Du brauchst ihm hier nichts zu sagen Ich kann auch zurück starten Oh, Wasser aus Oh, nein Ja Jetzt verfliegt die Gürtens macht den ab Was Scheiße Ja, als ob das jetzt kein Geister-Event war Ich hab doch gesagt auf dem Meer und Kürtens gibt's schon einen Kuss Können Danke, das gibt's schon einen Kuss Danke, niemals Gerst Du Ich will den sehen Bis denn ich will ihn sehen Zeig dich Zeig dich Zeig dich Nicht du. Nicht du. Zeig dich. Ich bin dran. Oh, der ist am Jagen. Oder? Freunde, kein Futter. Wie kann man die Sachen denn nicht nehmen? Wow. Johnny, Johnny. Gut. Wo ist dein Türsmann? Ruhig. Komm her. Oder? Komm. Johnny, Johnny Boy. Du kannst euch ein bisschen töten. Also, ähm... Zeig mir dein V8-Zylinder. Den kann man echt gut töten. Er hätte es doch eher verdient. Von der Tennis ist schon sehr lohn. Wenn du möchtest... Mit zwei Föhn genommen. Komm, füllt der Bieter. Als ob. Keine Ahnung, wo der Chip ist. Mann, der soll handen. Ich will ihn sehen. Komm, Tennis. Komm. Komm. Feierauern. So, haben wir alles eingetragen. Ähm... Spirit, hast du noch? Gang, 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 gang. Auf geht's. Unfair. Ja, oder? Äh, Giffy ist fertig, ne? Okay, ja, dann... Der muss doch sein, der Sprachdienst ein. Warte. Giffy! Oh, wir haben nur fortgeschrittene Anfänger. Hallo? Ja? Push, hast du auf Beta gestellt? Ja. Äh, Push-to-Talk kannst du in den Spieleinstellungen ausmachen? Hab ich schon ausgemacht. Okay. Lokal ist Push-to-Talk. Guck mal, wir haben, die Mila hat da so einen Code reingepostet vorhin. Ja, warte. Du gehst einfach auf Spielen unten links. Äh, ich bin in diesem Ding schon drinne. Wie? Ich hab vor mir so eine Tafel. Achso, ja, da drückst du leertest das. Ja, bin ich bei Spielen jetzt drinne. Hast du das Training schon gemacht? Privaten Spiel beitreten? Ja, genau, dann gibst du den Code da hin. Okay. Hast geliebt. Ich wollte ihn gerade laut sagen. Warte. Aber ich weiß nicht Bescheid. Ihr müsst mir den erklären, bisschen, ne? Ich glaube, ich connecte gerade. Oh, da bist du ja. Okay, mutig ein T-Sick. Hab ich. Sachen nehmen wir aus mit E, ne? Waffen, also items Switch mit Mausrad wie ein CSGO so. Ducken mit C. Und das war eigentlich schon. Ja, und rennen mit Shift halt. Also so ein bisschen Sprinten. Ich kann. Passt auf, wenn du eine Taschenlampe in der Hand hast, ne? Die machst du mit Rechtsklick an, die Items. Wenn du aber zum Beispiel eine Kamera hast, kannst du mit T die Taschenlampe an deiner Schultern machen. Okay. Und Funken, was ist denn deine Funktaste? V, glaube ich, ne? Äh, nee, das ist normal Push-to-Dock. B ist Funken. Ja, dann ist B Funken. Wenn die Taschenlampe flimmern. Wenn ich nochmal einstelle. Oh, ich glaube, Beatty hat disconnect. Warum? Ist auf der Stelle gelaufen. Wir sind alle ziemlich laut. Moorwalk. Kannst du gleich im Spiel ausschlafen? Mit G wirf sie. Weil da Lobby sind eigentlich meistens alle. Ähm. Okay. Will du gut aus? Müsst du noch Sachen hinzufügen? Ja, ja. Ich hab gar nichts, leider. Oder? Ja, irgendjemand sollte für Giffy noch eine starke Taschenlampe hinzufügen. Ja, mach ich. Ja, ja. Mach mich bereit. Kann ich meinen Aussehen nicht ändern? Doch. Äh, doch. Mit Leertaste. Äh, unten auf ändern. Das ändert sich gleich, wenn wir im Spiel sind. Okay. Alle ready nochmal. Warte. Wow, 135. Da ist ja nichts anderes. Hihihi. Ihr Geister studiert. Du bist ja Profi, der ist egal. Schreckst du dir überhaupt nochmal, wenn du was Gruseliges passiert hast? Ja, klar. Ja, Highschool, ne? Viel Spaß gefickt. Ich geh mit Mila. Ist aber nur fortgeschritten. Ich geh mit Beatty. Tschüss, Tagga. Und, äh, Chep, danke übrigens für den Ries am Zweiten. Hallo. Mal gucken, wer jetzt zuerst hier drin ist. Mal gucken, wer jetzt zuerst hier drin ist. Äh, übrigens kommt der Jack jetzt gleich online und streamt extra die WoW-Pommes. Für die Leute, die WoW interessiert, da werde ich auch gleich reinhosten. Ihr könnt sich das dann da reinziehen. Da ist auch Memo und alle anderen dabei. Evo, Harry, Dirk, Tyrese, Memo und so. Cooper. Hi. Platte, Imba, alle, Alter. Bin ich der Zweite? Äh, ich hab... Ja, geh verkaufen mit deinem Moog-PC, Beatty. Und die Elite ist hier, Junge. Genau. Ruhe. Wie lange warst du eigentlich damals bei den Hoover Crips, Beatty? Warte, ne, nicht mehr jetzt hier. Hallo? Halbiges Jahr oder wo? Paul Thompson. Gib mir ne Taschenlampe genommen. Ne, unten, die kleinen Taschenlampe. Die sind besser. Ich nehm wieder EMF, ne? Ja. Einer hat nur noch, also Gyfi oder Beatty muss, also Gyfi nimmt zum Beispiel auch EMF und Beatty nimmt dann noch Temperatur. Was ist ein EMF? Aber ihr habt im RP-Streit darfst nicht hosten. Hihihihi. Wer hat im RP-Streit? Das aussieht wie eine Fernbedienung hier. Warte denn, ja genau, das machst du mit einem Rechtsklick an und mach. Du kannst aber mit Q die ITEMs switchen, ne? Wenn der Geist Aktivitäten macht, wie Telefon an oder so, dann schlägt das aus. Aber das ist erst, das ist erst, das ist erst, das ist erst, das ist erst wichtig, wenn das auf fünf Dinge ausschlägt. Soll ich was anderes noch nehmen? Ja, warte mal, Gyfi, hör mal zu. Wenn du J drückst, öffnet sich ein Buch, ne? Da drückst du rechts auf die zwei Pfeile nach rechts. Ja. Da trinkt man dann die Hinweise ein, die man so findet, um rauszufinden, was für einen Geist wir haben. Das ist immer nur ein Geist-Tricks, ja. Wir brauchen, okay, Salz. Hat einer Videokamera bei? Oder, Gyfi, was hast du alles bei? Äh, EMF, oder wie das heißt? Ja. Okay, dann nimmst du noch hier Salz mit hier unten. Die Dose hier, was aussieht wie Spinat. Noch nicht benutzen, ne? Hab ich. Hey. Watt denn. Hau noch Obst. Okay, ab. Kann das jetzt auch ein friedlicher Geist sein? Nein. Kann einer sein, der nicht viel macht, aber es gibt doch welche, die Hardcore-Hunten. Sollt ihr nach oben? Hallo, geht immer noch. Hallo, Juni. Wie mach ich mit dir an den Stoltern? Mit T. Mit T. Und Funk mit B. Punkt check? Ja. Bomb has been planted. Mila. Mila. Hey, du gehst. Ja, ja, macht ihr jetzt unten, oder? Ja, ich hab ja gesagt, unten. Okay, dann gehen wir hoch. Stimmt. Und Gyfi. Ja. Na, ich rede mit dem Gyfi. Ja. Wenn der Geist dich jagt, oder wenn der Allgemein jagt, musst du dich in einem Raum in der Ecke verstecken, ne? Also wegrenn, Tür hinter dir zu. Okay. Wie mach ich? Du musst wegrennen. Tür machst du mit einem linken Mausklick. Musst du so ziehen, dann. Oh. Ja, Biti soll dir sagen. Ich hab so Bock auf das Gefängnis, auf die Gefängnis-Map. Was geht ab, Lusp? Chad ist müde, er wartet nicht zu viel. Er hat Fingerabgut-Taschenlampe mitgenommen, deswegen kann er die normale, nicht aktiv sein. Tja, mir wollte er sagen, die kleine. Chad kann immer nur du plus spammen. Ja, grüße gehen raus an den Schnippie-Boy. Nein, Mila. Der Schnippie, den mögen wir, ne? Hier macht doch immer einer die Türen auf. Da vorne die Tür hat er aufgemacht, Mila. Da die. Oh ja, hier ist auch kalt. Oh mein Gott, EMS 5. EMS 5 und Gefrier. Wir haben den Raum. Ne, Gefrier ist es nicht, Gefrier ist es nicht. Aber EMS 5, aber EMS 5. Okay, geh mal kurz raus. Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Schwierig. Geisterbox. Geisterbox. Geisterbox, wir haben ein Kind. Also EMS 5, Gefrier-Temperatur und Geisterbox. Nein, Geisterbox EMS 5. Nein, keine Gefrier-Temperatur. Keine Gefrier-Temperatur. Keine Gefrier-Temperatur. Geisterbox. Mila, ich komm rein, ne? Ja, ja. Ich mach kurz Kamera. Gin oder Omi. Ähm, ich geh mal die... Nein, du wartest mal kurz. Okay. Mama. Was denn? Okay. Äh, gar nichts, gar nichts. Ich kurz, echt. Keine Ahnung, was auch immer. Ähm... Ich komm mit dir. EMS 5. Hier. Oh, oh. Rotes Licht? Jaja, wir haben EMS 5 schon. Kannste eigentlich wegwerfen. Wird die DRC-Insel auch im RP kommen? Boah. Kann sein. Kann sein, dass Unity die reinmacht. Bin mir nicht sicher. Mila? Ja. Nicht schon, okay. Hä? Ich geh, ich bleib hier, ne? Wo ist denn jetzt da raus? Ich hab EMF davor geworfen. Boah, boah. Da vorne? Da vorne? Da vorne ist der. Da. Okay, äh, Fusebox ist aus. Ich würde es auch gerne erst mal so lassen. Hier rechts oder was? Ja. Kann ich jetzt nicht rein, du redest dich mit dem Geisel reden? Kennteste, liegt da drin, du musst aber allein da rein gehen. Mit dem Gerät. Soll ich machen? Mach doch. Mit welchem Gerät? Mit dem schwarzen Handy-Ding da. Habt ihr ne Videokamera dabei oder? Ja, hab ich schon aufgestellt. Okay, dann schau ich mal noch ab. Ach, genau. Gib mal das Salz. Genau. Genau. Teil deinen Koks. Jetzt hab ich das mit dem Retzlichen gemacht, ne? Ja, dann geh da jetzt rein. Ja, ja. Und jetzt kannst du mit dem reden. Hallo? Wie heißt du? Was soll ich den fragen? Äh, sag, gib uns ein Zeichen oder frag dem was der möchte oder wo der ist. Gib uns ein Zeichen, dass du hier bist. Was möchtest du von uns? Hallo? Frag wie alt der ist. Wie alt bist du? Oh, oh, das Ding ist ausgegangen. Hilfe! Du rechtsklick, du Vollidiot. Nein, Beatty, komm mal her. Ich glaub, der antwortet nicht. Du bist zu nah dran. Ey, Jungs, ich will nicht mehr. Es ist komplett dunkel. Haben wir ein Buch da drin? Ey, es ist komplett dunkel. Ich hab keine Taschenlampe. Ich hab Angst. Können wir mir ne Taschenlampe geben? Mhm. Wir wollen's. Alter, der rennt bestimmt hier mal hin. Ich seh halt nichts, ne? Das ist so... Oh, das ist noch schlimmer, Alter. Guck mal, ob ich verstehe. Kannst du, kannst du ne Taschenlampe mitbringen? Ja. Prost oder was? Ja, mach doch mal, mein Freund. Mila, kannst du Taschenlampe mitbringen für Demba? Ich kann doch... Ja, für Demba, ne? Äh, ich bin voll, ich bin voll. Ach, für Gyfi. Gyfi, ich bin hier, ich hab Licht. Okay, Freund, ist okay. Ich hab, ich hab Licht. Ich hab manchmal auch kurz überlegt, dass das nicht dabei ist. Was hast du da? Ah, das kannst du wegwerfen. Also... Oh, ich hab die hier. Du könntest dann mit in den Raum gehen und gucken, ob da irgendwo Dings sind. Fingerbrücke. Kommst du mit rein? Ja. Oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott, was war das? Oh Gott! Bleib stehen! Bleib stehen, ich hab das auch gehört. Was war das? Keine Ahnung, Junge. Da vorne kommen unsere Freunde. Kommst du mit rein in den Raum? Ja, komm! Geh so an den Dings, hier an der Tür musst du leuchten und so. Lesson 1, schreib ins Buch. Nee, das siehst du schon gefühlt. So, so musst du nicht. Ja, okay, er hat reingeschrieben, er hat reingeschrieben. Okay, dann haben wir alles. Er hat reingeschrieben. Äh, der hat ins Buch geschrieben. Nein, haben wir nicht. Wir haben einen Oni. Habst du eine Taschenlampe mitgebracht, Mila? Ja, brauchst du jetzt nicht mehr. Wir haben alle Hinweise. Welche Aufgaben haben wir noch, Mila? Nee, wir brauchen noch Foto. Und der muss durch Salz laufen, ne? Komm, wir gehen zum Truck. Ich bin noch lange fertig. Oh, Junge, hatte ich grad schluss, Alter, süßes Geruch. Warte mal, wenn der Hand sitzt, Junge. Junge, Junge. Was sie da? Ja, da musste. Das war's. Ich darf mich nicht machen. Ja, da musste ich nicht machen. Töter? Das war's. Wie war's? Das war's. Die? Oh, oh, der Hunted, oh, Giffy, komm schnell, direkt die Tür unten, komm rein, Giffy, Biti macht zu. Woran habt ihr jetzt gesehen, dass der Hunted? Ja, weil das Licht blingend, guck, Licht aus. Stoie. Nicht reden. Ey, du wichst ja jetzt im Haul. Wir haben keine Angst vor dir. Komm doch rein. Hey Jungs, wollen wir nicht einfach hierbleiben? Nein. Klappe. Komm, nur Angst habe. Aber ich muss sagen, bis jetzt bist du mutiger als der Shorty. Wie kommen wir hier nochmal raus? Hat er sich nicht getraut? Nee, der Shorty ist da übel zu Schisser. Ja, ich bin ja auch der King der Gross-Suite, Junge. Junge, du bist seit einem Monat erst 18 ins Maul. Du hast mich als 14-Jähriger gestreamsnipt, Junge und dich bei uns reingezeigt. Nein, nicht nicht, den Daniel, okay? Ja, den Moonday und dann uns. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, ich bin das Herz der Gross-Suite. Unter mich würde nichts funktionieren. Ja, genau. Ey, ich kann mein T-Shirt wechseln gehen, ne? Kein Spaß jetzt. Warum? Hast du anstatt ne Hose dein T-Shirt und ne andere? Einer von euch muss räuchern. Ja, ich nehm Räucherstäbchen. Was ist jetzt hier, die richtige Tassenlampe? Die unten, immer die hier unten. Oder die große hier. Weil die große kann ich nicht in meinen Dings packen, ne? Hm? Wo kannst du die nicht reinpacken? Die große kann ich nicht an meine Schulter, ne? Doch, doch. An meine Schulter packen, mach. Die eine Taschenlampe mit dem blauen Licht kannst du wegwerfen. Ja, hab ich die, die liegt hier unten. Ja, okay. Jetzt wechseln wir das Item. Und jetzt drück T. Das ist dann das an. Ah. Ah. Das kann ich auch mit dem reden, mit dem Friggevieh. Komm. Soll ich irgendwas mitnehmen? Nö. Wie alt war's denn zum SnapTask wie 14, ne? 15. Wir kennen uns doch keine 4 Jahre jetzt, oder? Ne, aber schon immer 3. 15, glaube ich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Ne, wir sind draußen. Alles gut. Haha, ihr Lutscher. Warst du vorher eine Zuschauer von Daniel? Von Moonlight? Äh. Ne, nicht aktiv. Ich hab die... Ich bin durch den auf Arma 3 Lakeside gekommen. Und dann durch andere Freunde auf den GTA Server. Aber die haben halt dann aufgehört mit Spielen. Und dann hab ich den Moonlight zugeguckt. Aber du durftest da gar nicht damals zocken mit deinem 14, ne? War immer schon ab 18. Jo. Du durftest nicht mal Forms, du durftest doch nicht auf Euternet zocken. Und da wusste ich auch nicht mal, dass du keine 18 bist. So, wir kommen rein. Du einen Sniper, du. Geht's euch gut? Jetzt auch nicht so schlimm, dass du Fußballer von mir hast. Was hab ich schon... Was hab ich halt da... Die Schnauzer ist hier. Die Fresse. Das ist ein Maul, Junge. Wo soll ich denn ruhig, Hamila? In den Raum. Junge. Junge. Junge, zeig dich. Zeig dich. Oh, der ist durch Salz gelaufen. Ich bin Abgesandter der christlichen Kirche. John Thompson, zeig dich. Ja, zeig dich, Bitch. Hure! Vielleicht öffnet er sich ja zu meiner zeitlichen Stimme. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Jagd ist der Jagd. Nein! Gib mich von am Putzen, Junge! Ich hab am Putzen, Alter! Ja, am Putzen. Hör mich! Ihr hat fast gekotzt, Alter! Ich hab Tränen in den Augen. War der Bastard hier in dem Raum? Ja, ja. Hast du den nicht gesehen? Ja, ja. Nein, ich hab auf den Boden geguckt. Du hast nicht angehört, als würdest du gleich kotzen vor Angst. Ich hab auf den Boden geguckt, weil ich dachte, wenn ich ihn sehe, sieht er mich auch nicht. Mein Verruf. Wir haben alles. Wir haben alles. Du. Der war langweilig. Der sterbe, Alter. Der sterbe, Alter. Warte, geht auch mal. Hör. 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 Ey, war doch easy, Jungs. Oh nein! Oh oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Mach die Tür zu, Goofy! Hör. 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 Ich hab mein Crucifix weggeworfen. Hör. 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 Hallo, Guys! Oh. Flashbang! Boah, nochmal ne zwei Stunden Asylumrunde verkrafte ich nicht, Alter. Wartet ihr das schonmal? Oh, pstst! Geht wieder. Raus hier. Alles okay? Ja, ja. Ja, ja. Junge, das ist noch harmlos, ne? Das ist noch harmlos, glaub mir. Das ist schon harmlos? Ja, ich hab das am Anfang auch Off-Stream gezockt, ne zweimal so und dann dachte ich, boah, was ist das für ein Lutscherspiel. Und manchmal hast du auch echt Geister wie jetzt, wo das eigentlich langweilig ist. Aber manchmal hast du welche... Junge, mein Herz! Junge, Psychoterror, dann glaub mir. Ja. Ja. Mein Herz tut weh, was für einfach. Das ist noch gar nichts. Ich kann nicht mehr richtig atmen. Hast du die Sachen in den Bücher eingetragen? In dem Buch? Nein. Ja, der muss nur eintragen, ne? Kann ich da eintragen? Ja, drückst du bei J? Was? Ja, hab ich. EMF, EM5, Geisterbox und Geisterbuch. Mein Herz tut weh, sagt der. Und Geist-Typ? Was soll ich bei Geist? Ja, ist Oni dann. Kannst ne Oni aufstehen. Ja, ich weiß. Ich hab gestream-snipet alles. Ich hab gestream-snipet, Alter. Wohre! Wir brauchen einen Psycho-Geist, den Gyphy. Boah, 180 Dollar, Alter. Was geht da bei Euro-Jury? Was soll ich kaufen? Ich kauf mir ne Taschenlampe. Ja, ne gute Taschenlampe. Was ist ne gute? Starke? ja steht starke 50 dollar aber ich kann ja nicht mitnehmen du hast noch nicht so viel geld ich hab mir ein knicklich gekauft wallah du hast dich verändert hab ich nicht habe ich jetzt ein knicklich mitgenommen aber ich hoffe wenn ich wieder eine zwei stundenrunde wird das macht mein herz glaube ich nicht mit irgendwann irgendwann dann hast du das spiel vom spiel von alter her ja der ist das schon 18 natürlich und so beliebt dich und kürzlich auch jetzt machen wir auf profi gefühlt das heißt wir haben jetzt kein berühmt euch meine wir das heißt wir haben jetzt keine fünf minuten zeit mehr den raum zu finden er kann sofort angreifen das war gerade auch nur zwei minuten das hast du prädiktet junge und indexes knutsch ach so zwei stunden ich hoffe nicht man das mache ich heute nicht mehr mit da hätte ich ja drei stunden ww zocken können ich würde noch zwei drei hunden schlicht hier zocken und geführt das spiel zeigen auch bitte nicht man bitte nicht jb das motherboard war kaputt sag mal hamadini stream doch der dings ne der ist doch schon online oder der jack wie läuft das denn in der ww pommes so erstmal werbung ja super ok ich glaub dir hallo 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 ich finde das ist voll die gute taktik alter wenn ein geist kommt einfach auf den bogen kommt oh die sind schon durch scheint keine probleme zu geben in der ww pommes was haben wir wie heißt der george martinez george martinez und er antwortet auf gruppen ja also keine zwei stundenrunde geil ich nehme mir eben ey wo sind die taschenlampen jetzt hätte ich musst du ein knüppelding mitnehmen wir brauchen salz noch ich nehme salz nur mit ja knickelig brauchst du nicht pasca schlaf gut knickelig brauchst du noch wer geht mit wem ich kann diesmal mit bieti gehen dann geht wie viel mit dir kopf bieti watt hast du im f-boot oder temperaturmesser ok nimm du das hinten ja dann nehme ich temperaturmesser ok ehhhh let's go wer geht nach unten äh dann würde ich sagen ja wir gehen wir können ruhig runter gehen wenn wir es finden oh mein gott ich hab keinen bock ne ich hab keinen bock auf versühlung hallo 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 sei bitte hier ich hab hier links schon gehört er hat die Türen aufgemacht eine äh falls hier vor uns die Treppen nach unten findet macht ihr bitte naja ich glaub wir haben das schon gefunden ich hab grad gehört wie der Türen aufgemacht hat eine ach so ja dann zur Kuh ja wir haben die Treppen gefunden dann gehen wir runter oh ey wir sind schon unten was denn irgendwo hat der eine Tür aufgemacht bleibt ja unter uns glaub ich hab ich bock auf Kellern ey da schon wieder da schon wieder der macht hier Türen irgendwo auf bei euch oben entweder oben oder unten okay okay also wir wir sind auf jeden Fall unten hör auf wir Pallas zu machen du Wichser boah wie lang der Gang ist schwul ins Maul hehehehe ne gut Prima so richtiges Geister aus wie er ziemlich geist Junge Puh na ich glaub der ist oben na ich glaub der ist oben er fragt den wo der ist wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du bist du hier ja dann frag der mal wo der ist bist du hier bist du hier war das nicht das hier gibt hallo hallo hehehe Junge wie lang ist dieser verfickte Gang alter ist dieser hallo okay bist du hier hallo 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 Treppe gefunden, wir gehen im Keller. Ja, okay, okay, wir gehen hoch, wir gehen hoch, alles gut. Na, jetzt lass zusammen den Keller machen, dann machen wir zusammen oben auch. Okay, dann kommen wir runter. Mira, komm runter. Komm runter. Ich glaub, der ist aber oben. Jetzt müssen wir hoch oder runter? Wo seid ihr? Hoch, runter, ganz hoch. Hallo? Hallo, ist ja ein Geistling. Hallo, es geht doch nicht allein im Pflicht. What? Was? Der fährt immer von der Tür zu. Ja, wo wart ihr denn jetzt alles hier? Ähm, wo wir waren, da sind die Türen offen. Ja, hat einer Temps gecheckt immer? Wir haben oben, oben, oben. Okay, wir kommen. Hallo? Hallo? Hier, wir hatten kurz Minus Temperatur. Irgendjemand Türen können nicht überkommen. Ja, die Mila. Was ist das immer bei ihr? Wenn der Aufrenner auf der Tür nicht anruft ist, dann ist er nicht anruft. Ich hab sie nicht statt, dass du die Vorrenn weiterkommst. Das ist das ganze Zeug. Da ist die Reaktionszeit von mindestens 13 Sekunden. Bist du hier? Ja, hier auch. Ja, ja. Ja. Gefriertemperatur und Box. Mach das Ding dann nicht, ich will mit dem reden. Gefriertemperatur. Oh mein Gott, du Hurensohn! Ja, minus 8 Grad hat man grad. Warte, warte, Geisterbox? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Oh, ist ein Kind. Erwachsen. Nein, Erwachsen. Er hat Adult gesagt. Er hat Adult gesagt, als Kind. Was möchtest du? What? Catch. Ah, der will uns fangen. Wollen wir fangen? Ruhe los. Bist du freundlich? Hinter dir! Hinter dir! Kleiner Wichse. Ich erkenne das gar nicht. Wie soll ich das erkennen? Hä? Du hast das in der Hand. Da blinkt doch ein Licht. Ich seh nichts. Ja, mach deine Taschenlampe an. Grün. Ja, wie grün? Hab ich. Ja, guck da drauf. Da blieb grünes Licht. Ja, und wenn das ausschlägt, dann piept das so. Und du musst gucken, wie viele Lämpchen. Daher... Oh, letzte, letzte. Oh mein Gott, der Spudio! Der Spudio! Oh, wir sind im Arsch. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Oh, nein! Psst! Okay, geht wieder. Boah, haben wir ein Glück, Alter. Auf wie viel war das EMF? Auf vier? Letzte Stufe. Bist du sicher? Ja. Also der Giffy sagt, EMF war auf fünf. Bist du ganz sicher? Ja, leuchte mal drauf hier. Oh, zwei, zwei, zwei. Kann nicht sein, kann nicht sein, dann haben wir kein Ergebnis. Okay. Der hat schon wieder geredet, der Bastard. Oh, mein Gott! Oh, ja! Ist das so, was du gut? Oh, mein Gott. Mein Herz. Poste dumm. Text sort. Geht wieder! Wo seid ihr? Ey lass sie raus, lass sie raus! Wir gehen gerade raus, wir haben in die Hose Kaka gemacht! Lass aufhauen, ich hab kein Bock mehr! Können wir aufhören? Habt ihr eine Videokamera aufgestellt? Wir rennen da gerade weg, wir haben hier nichts! Ich hab keine Ahnung wo landen! Wir kommen zweimal direkt bei uns, Alter! Ich hab keine Ahnung wo landen, Büffi! Oh oh! Was denn? Das war ne Tür oder so! Was ist da lang? Boah, Junge! Oh mein Gott, Alter! Der stand direkt vor mir! Halt meine Hand! Ich hab keine Ahnung wo wir hin müssen! Sind wir oben oder unten? Hier gerade, außen gerade! Wir sind oben, ne? Oben! Ja, ja! Ah, ich weiß jetzt weiß ich wo wir sind! Oh nein! Nicht gut! Komm mit, komm mit, komm mit! Mach die Tür hier zu! Oh! Oh! Ich muss kurz drücken! Oh! 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 Sollen wir irgendwas holen? Sollen wir irgendwas holen? Buch, Räucherstäbchen EMF kannst du wegwerfen Buch und? Ja, EMF kann weg. Buch, Räucherstäbchen Machen wir den von mir Die ist echt viel besser, die Taschenlampe so für das Feeling Und nem Pin Hier ist kein Buch Ah doch, Haps Okay, die hat Ja, wir sind aber safe Nimm mal hier so ne Piller Ach, der hat mal gefiegt Da oben die Was ist denn hier? Wolltest du nicht in den Best-Moment? Was? Ah, muss ich die? Ne, ich muss die gar nicht essen Doch, du musst die essen, rechtsklick Da, komm her, hier können wir auf Kamera gucken Kommt ich mal durch hier? Nein, nein, das ist die Cam aus dem Raum, wo der ist Wer hat die da aufgestellt? Mila oder so Warum klingst du so, als wärst du in nem Raum? Febias, dankeschön für den Resub Ja, dankeschön für deinen Resub, mein Freund Wollen wir einfach hier so bleiben und so tun, als ob wir irgendwas vorbeitragen? Nein Nein Vielleicht hat einer ne Bodycam an, warte Warte Kann man ne Bodycam anmachen? Ja, warte Da Wie? Oh! Ich frag, wie kann man die anmachen? Ja Achso, du musst die hier mitnehmen, die hängt hier So, du musst jetzt Dings mitnehmen, Giffy Die Räucherstäbchen da Und das Feuerzeug da unten links Dat musst du wegschmeißen Feuerzeug mitnehmen, dann nimmst du gleich, ne? Gehst du in den Raum, also wir gehen in den Raum rein, ne? Nimmst du Räucherstäbchen so in der Hand und drückst dann F Aber jetzt nicht machen Jetzt nimm erstmal mit der Taschenlappe, komm Kamera steht, ne? Kamera steht Ja, ja, steht Oh Wo geht ihr jetzt wieder hin? Oh mein Gott Ich hab schon nach Orbs geguckt, sind keine Ok, dann hol ich noch eine Fotokamera Wo ist der Raum? Wo ist der Wasser? Rechts? Ja, ja, hier vorne, der Raum, glaub ich, ne? Hier renne ich jetzt mit dem Räucherstäbchen rein in die Bude Wo ist denn der? Hier? Ja, da gehst du rein mit Räucherstäbchen, ne? Ja, mach an Der hat ins Buch geschrieben Oh mein Gott! Der jagt nicht, der jagt nicht Junge, ich hab den gesehen Der stand da mit einer Axt, Alter Der stand da mit einer Axt Der hat ins Buch geschrieben, Eintracht Wir haben nen Dämon Hat einer Fotokamera dabei? Nee Oh, ich geh nicht alleine Ja, wir müssen da rein, wir brauchen ein Foto Dann komm Ja, ich geh nicht alleine Ja, wir gehen zu dritt Was soll das reinschreiben in deinem Buch? Nein, ach so Du musst Geisterbuch nur eintragen Oh mein Gott, hast du den? Oh je Ja, also, den Buch hab ich noch zurück Ja, wir brauchen den Geist, ein Foto vom Geist Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ich kann dir wegfallen Ja komm, wir gehen nach zu dritt rein Okay, eins Eins Zwei 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 Jetzt frag wo der ist wo bist du hier hat er gesagt wie alt bist du hier hat er gesagt was willst du natürlich will er uns umbringen george martine gibt uns ein zeichen gib uns ein zeichen ja hier next fick dich next gibt uns ein zeichen zeig mir hintermieler 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 war ja ja da war es nicht gib uns ein zeichen möchtest du wieder töten ich habe angst ich habe angst sagt man hat der angst dass die ganze ja ja du drückst dich oder jakt kommt nicht zu uns gucken die an ich habe alles weg geworfen haben wir ein foto wie leider nicht doch wir haben foto der dings hat die auf der kamera ein foto von dem ja der ist tot wie die ist tot wie der aussieht guck ich habe hier ein foto aber da steht nirgendwo geist da steht nirgendwo geist sag mal bin ich das nur was laberst du irgendwo was laberst du mila guck mal ins buch da steht immer bei mir ist dann ein geist toter körper liegt gar nichts steht das da auch nein aber da ist ein foto von geist nein lass den truck gehen und gucken wir gucken jetzt nach der aufgabe der hat bietig gekillt der schweinehund das schon zähl ja das pss 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 ey oh mein herz aber das ist lustig das muss man Foto vom geist geht nicht wenn er hundert schreibt an dem chat echt jetzt? ja mit der bahn mod timeout big taste die bahn nehmen weg bruder nein spaß big mac big mac bahn nehmen weg oh der hundert oh nein ah ich glaub der kommt eh nicht hier hoch der lutscher Mann das war der lutscher voll der bastard ist er komm lass uns lieber sein laukörper müsste ich machen oder der kommt ich hör Schritte oh 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 Töter Geffingen Töter Geffingen Oh mein Gott Gebeckter 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 Das war doch der Beatty oder? Jaja Geht wieder Ich glaub die Mila ist tot Nee Wir haben echt kein Foto Ach du Scheiße Wir haben echt kein Foto ne Wir haben eine Kamera noch Wie viele Fotos kannst du noch machen? Ich hab zwei Ja wir müssen wieder rein Darf ich eine Kamera mitnehmen? Nee wir brauchen eine Fotokamera Wir haben nur eine Mila hat noch zwei Fotos Drei Okay Hier ist um eine Fotokamera Wenn ihr ein Foto macht Dann wartet beim Jagen bis ihr jemanden getötet hat Manchmal stehen die danach daneben und dann fehlt das Foto Okay Wartet auf mich Wartet auf mich Das ist Mein Underwear Stichflamme Boah nein Ich hab gar keine Angst mit vor dem Geist Nee Hab man grad gehört Ich hab mich überwunden Ja ich hab mich überwunden Ich geh da jetzt rein Mila werden wir das nächste Mal zocken Lass mal bitte Asylum nur Kerzen drin machen Ja ok Wir müssen übrigens wieder in den Raum Ja na und ich geh da rein Ich rede mit dem Jarek Hier Gib mir ein Zeichen Leuchte mal bitte dahin Leuchte mal bitte dahin Ja genau Gib uns ein Zeichen Nee Oh Möchtest du Mila töten? Zeig dich Jun Zeig dich George Bist du Müll auf Curtis Kann ich die Kerze eigentlich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Oh close ist er Close ist er Zeig dich Hinter uns hinter uns Behind Du sagst behind Ja das lade er aber aber nur Scheiße Zeig dich Bist du ein Schwetzer? Zeig dich Zeig dich Zeig dich Jetzt dachte er er ist weg George Matthias George Matthias Zeig dich Willst du tot? Ja ich hab dich nicht gekriegt man Seht das? Nein ich hab dich nicht fotografiert Nein nur Interaktion Als ob überfallen Wo bist du? Wer? George Martinez zeig dich Close Wo close? Wie nah bist du? Okay zeig dich George Martinez Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich Zeig dich George Was ist denn hier? Oh ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Hast du ihn? Oh ich hab schon Kerze Kerze Aber ich brauch das ihn gar nicht mehr weg damit Guck mal eben Ja du hast ihn Ja Renn 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 Stop Don't touch me there This is Roman fraud Oh mein Gott Der ist schnell. Warum ist der so schnell? Singt euch einfach durch euren Schmerz. Don't touch me there. Die Klappe kriegt. Ich habe doch gesagt, ich habe keine Angst mehr. Ich drehe mich sogar um. Wo ist der? Ja, dann lauf doch mal auf ihn zu. Eigentlich habe ich richtig Angst, aber ich versuche es nicht zu überspielen. Ich glaube, wir folgten uns gar nicht bis hierhin, ne? Ne, ne, ne. Hallo? Ey, ey, ey. Du bist ein richtiger Nicht-Teamplayer. Ich bin zent. In nomine Padre et Pelitos Santi. Vielleicht ist das ja der Zahnreben, der uns heimt. Okay, dann haben wir alles. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Jeweil, ohne wichtige Verluste. Warte, ich muss noch alles in mein Buch eintragen. Warte. Ja. Was hat man, Dämonen, ne? Die vier Temperaturen, Geisterbox. Und Geisterbuch. Mila, kannst du die Kerze auspusten? Was zum Teufel tust du in mir hin, Alter? Warte. Die Kerze ist in meiner Hand und ich bin links neben dir. Was zum Teufel tust du da? Ja, aber bei mir ist die quasi in mir drin. Was zum Teufel? Hast du eingetragen alles? Wir haben Dämonen. Ja. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Ohne Verluste. Kein Feuerzeug. Aua. Boah, fast 300 Dollar. Boah, ich hab 300 gekriegt, Jungs. Boah, ich hab 300 gekriegt, Jungs. Boah, ihr wollt schon, wollt ihr schon aufhören? Ja, jetzt ist Haierzeit. Ist Haierzeit, ein Uhr nachts. Abo, okay. Bis gleich in der Teamspeak, Pommes. Bis gleich. Eich. In die. Mach alte Fiat. Nicht weinen, hallo. Nicht weinen. Alles wird gut, David. Phoebe erst nochmal, Tabasco Dude, Bloodbag, Tobi liebt dich, Not the Hero oder so, David. Kinsey, McFigman, Bucky, danke, Rickle, Foley, I can't see you. Infinity, Sneaky Cute, Luke Germany, Jerome, Captain, Monster Wolf, Moses, Chisel Dizzle haben alle schon. Vielen lieben Dank für den Support, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich rate jetzt den Jack, der zockt nämlich die WoW-Pommes mit Mehmet und so. Für die Leute, die Interesse daran haben und wahrscheinlich selbst gerade WoW zocken, da noch ein bisschen reinzugucken. Dann übernimmt der Jack jetzt den Part mit WoW. Weil ich gehe jetzt in den Heilbooth, okay? Lasst euch nicht anquatschen. It's Breeded Love, not Warcraft. Ich bedanke mich, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß heute. Was heißt trotzdem? Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß. Und falls ich morgen zu viel zu tun habe und wieder den Dodge fahren muss, dann sage ich bei Twitter Bescheid. Bitte seid mir nicht böse. Aber manchmal ist das halt so. Manchmal hat man noch Relief. Okay? Tschuhu, gute Nacht. Ah, wie heißt denn der Dings hier? Tripass heißt der doch, ne? Tripassel. Ja, richtig. So, so, so. Nicht weinen. Papa kommt wieder. Wallah. So, ab in Re, Tom ist für die Leute, die da noch zugucken wollen. Und wie gesagt, wunderschöne gute Nacht. Zab, 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 tschu, huss. Gute Nacht, tschu, huss. Tschu, huss. Tschu, huss.